Servus und willkommen zu einem weiteren Trikot Ranking. Heute beschäftigen wir uns mit dem Auswärtstrikot für die DEL 2 in der Saison 23-24. Lasst uns loslegen! Auf dem letzten Platz befinden sich die BDKIM Steelers. Man hat sich hier auch wieder für dieses schöne Stahlplattenmuster entschieden. Grundfarbe weiß, sodass die Prägungen von den Stahlplatten, also diese kleinen Ellipsen, grau rüberkommen. Ist in Ordnung, sieht gut aus. Auf dem Heimtrikot nochmal ein bisschen besser, sieht ein bisschen metallischer aus. Deswegen sieht das deutlich besser aus. Lässt sich natürlich hier ein bisschen schwer rüberbringen, ist klar. Trotzdem stabiles Grunddesign. Man hätte überwiegend auch mit diesen hellblauen Elementen gearbeitet. Dabei hervorzuheben ist natürlich dieses Logo. Meiner Meinung nach hätte man es ein bisschen größer machen können. Ja, aber es ist in Ordnung. Die Nummern auch in hellblau dargestellt, grün umrandet, sowie der Name, der auch mit einem hellblauen Kasten umrandet ist. Sieht okay aus, kommt leider insgesamt nicht an das Heimtrikot ran, aber definitiv okay. Auf dem 13. Platz haben wir den EC Bad Nauheim. Grundfarbe weiß mit roten Streifen, hauptsächlich natürlich. Das Schöne ist hier natürlich, dass man von vorne komplett bis hinten durchgezogen hat, aber nur Platz lässt für die Nummer. Man hat es durchgeführt, finde ich sehr gut. Auch an den Ärmeln und unten nochmal als Trikotabschluss. Schöne ist natürlich auch von den roten Teufeln, dass man genau diesen Kopf auf vorne dargestellt hat. Das eigentliche Logo ist nochmal ein bisschen kleiner hier auf den Schultern. Wie gesagt, ist auf jeden Fall verzeihbar, weil man hier vorne wirklich diesen großen roten Teufel hat. Passt auf jeden Fall richtig gut. Schöne ist auch, dass man unten im roten Abschluss nochmal Sprüche drinstehen hat. Hinten steht Tradition, Leidenschaft, Stolz. Und vorne hat man uns schickt der Teufel. Dazu muss ich nicht mehr sagen. Passt einfach wunderbar auch zu dem Logo vorne auf der Brust. Einzige Kritik, die ich hier wieder groß habe, ist zwar wirklich dieser Kragen. Der Kragen ist zu dick. Meiner Meinung nach. Man hätte es vielleicht ein bisschen schmaler machen können, dann wäre das optisch nochmal was ganz anderes. Aber so, es ist mir viel zu dick. Auch muss man sagen, das Heimtrikot ist mal besser umgesetzt und zwar mit der farblichen Gestaltung. Aber das ist ein anderes Thema. Man muss es aber mal einfach erwähnt haben. Als nächstes kommen wir zu den Ravensburg Tower Stars. Hier fällt auch wieder auf, diese zwei dicken Querstreifen, die schön zusammenarbeiten mit dem Logo in der Mitte. Sieht gut aus. Dann hat man natürlich auch nochmal hier auf den Ärmeln den blauen Streifen mit einem komplett blauen Abschluss. Bisschen dicker gehalten. Auch in Ordnung. Aber, also nochmal gut. Hier vorne hat man noch das Stadtwappen drin im Kragen. Sieht auch wunderbar aus. Kann man immer gerne machen. Gefällt mir sehr gut. Allerdings kommen wir jetzt mal zur Rückseite. Und die Rückseite, jetzt mal abgesehen von der Nummer, die wirklich auch nochmal rund umrandet ist, sieht gut aus. Aber was ist das unten? Das habe ich auch schon beim Heimtrikot kritisiert. Und zwar hat man einfach diesen blauen Balken mit den goldenen Meisterschaftsjahren drin. Was prinzipiell nicht schlecht ist, überhaupt nicht. Aber meiner Meinung nach, hätte man das erstmal ein bisschen schmaler machen können. Und vor allem, und jetzt wieder der Hauptkritikpunkt, einfach den Balken weiterführen nach vorne. Einfach auch über die Seiten ein bisschen weiter. Lass es dann so leicht verwischen oder dass es so leicht transparent wird. Vollkommen in Ordnung wäre das. Oder spitz zulaufend, vielleicht in Kombination auch mit den zwei Querstreifen. Irgendwas hätte man sich da einfallen lassen können. Aber so ist einfach nur dieses, wir werfen den Balken drauf und machen noch die ganzen Jahre rein. In Gold, vollkommen in Ordnung. Sieht gar nicht so schlecht aus, gerade so als amtierender Meister. Aber trotzdem sieht das ein bisschen leblos hingeklatscht aus. Auf dem 11. Platz haben wir die Eisbären Regensburg. Prinzipiell sieht das hier schon mal besser aus, als auf dem Heimtrikot. Denn dieses große Logo, ein Zusammenspiel mit dieser hellgrauen Umrandung. Ich sage jetzt einfach mal hellgrau. Könnte natürlich auch so ein Silber sein. Habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Auf jeden Fall mit dieser Umrandung kommt das auf diesem weißen Auslasttrikot viel besser. Großer Kritikpunkt ist natürlich hier auch wieder. Mit diesen anderen, mit Rot und Schwarz noch. Es hört einfach hier wieder auf. Warum hört es hier wieder auf? Und hinten ist wieder gar nichts davon zu sehen. Das kommt mir manchmal so lieblos vor. Ich weiß nicht warum. Mir kommt das manchmal so lieblos vor. Dementsprechend leer sieht das dann auch hinten aus. Ich meine, wie hätte es denn ausgesehen, wenn man diese drei Farben dünner gemacht hätte an der Seite? Man wird richtig dünn und geht dann nach unten weg. Das Schwarze verschwindet dann so langsam komplett, während man neben der Nummer schräg runter geht. Und ganz unten ist das Schwarze dann weg. Und man hat nur noch dieses Grau und Rote, was dann sich vermischt mit dem grau-roten Abschluss. Was auch an den Ärmeln nochmal zu sehen ist. Das sieht auch optisch bestimmt richtig gut aus. Und es wäre ein schönes Zusammenspiel. Und designtechnisch sieht das wunderbar aus. Und nicht einfach nur so, fertig, hinten nur die Nummer, aus. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir so ein bisschen bildlich folgen, was ich da versuche, euch irgendwie darzustellen. Naja. Nummer an sich sieht es natürlich trotzdem gut aus. Rote Hauptfarbe, schwarz am Rand und auch nochmal dieses hellgrau außenrum. Ist vollkommen okay. Aber so reicht es halt leider echt nicht für mehr. Als nächstes kommen wir zum EHC Freiburg. Die Wölfe haben sich hier für ein richtiges leuchtendes Gelb entschieden. Mit roten Elementen, mit Streifen auf den Ärmeln und diese schrägen Streifen, nenne ich es einfach mal, vorne und hinten. Gerade diese roten Streifen, die so spitz zulaufen, passen wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir mega. Da ist das Träger auch nicht so leer wirken. Allerdings hat man hier wieder das Problem, das Logo ist wieder sehr, sehr klein. Und man hat einen riesen Sponsor drauf. Ja, wie gesagt, ist alles eine Geldfrage. Alles gut. Trotzdem gibt es andere Lösungen, finde ich. Und zwar gerade mit diesem kleinen Logo hier oben. Macht es ein bisschen transparenter. Also nicht so wenig wie das andere Muster, zu dem wir gleich noch kommen, der auf dem Rest des Trikots zu sehen ist. Aber ein bisschen transparenter. Macht es größer. Und macht nur so, sag mal, den zentralen Punkt ein bisschen deutlicher. Und lasst es nach außen verwischen, sodass es dann der Hintergrund besser zu sehen ist. Der gelbe Hintergrund. Und das ist so komplett verwischt, so kreisförmig so ungefähr. Ist schwer zu erklären. Vielleicht könnt ihr mir folgen. Aber dann hält man das Logo trotzdem sehr groß da. Ich meine, den Rest kann man sich ja immer dazu denken. Das Hirn arbeitet ja schon damit. Also das wäre alles kein Problem. Und dann wäre das auch nicht so mager vorne auf der Brust drauf. Ihr versteht, was ich meine. Schön ist natürlich auch das geile Muster im Hintergrund. Also wirklich sehr im Hintergrund. Um ein bisschen weniger zu erkennen. Aber man hat so eine Art Rautenmuster gemacht, wo man dann so ganz viele verschiedene Symbole oder Sprüche. Was heißt Sprüche, will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen viel. Aber auf jeden Fall so kleine Wörter, Sätze drauf gemacht hat. Und zwar hat man einmal das Logo vom ERC. Einmal so quer rüber. Dann hat man unten drunter das Gründungsjahr 1984. Einmal so quer runter. Dann hat man noch Badener Land, glaube ich, drauf. Und wir sind Freiburger. Und auch noch irgendwas, so ein Plus. Und alles geht immer so runter. So die Logos, dann das Gründungsjahr. Wir sind Freiburger. Das Plus. Also das sieht schon geil aus. Das geht dann wirklich auch noch über den Rücken drüber. Wunderbar. Wie gesagt, an sich gefällt mir das Trigo ganz gut. Aber andere noch mal besser. Deswegen reicht es halt auch leider nicht für mehr. Auf Platz 9 haben wir die Dresdner Eislöwen. Hier natürlich auch wieder ein, ich will nicht sagen, komplett weißes Trikot, so wie es für Auswärts meistens ist. Denn andere Farben überwiegen, dass es weiße gar nicht so krass rüberkommt. Und zwar haben wir sich hier natürlich für so, abgesehen von diesen blauen Highlights, die eigentlich der einzige große Kontrast sind, hat man sich noch für die großen Flächen im Hintergrund entschieden, die eher so kräulich sind. Und zwar hat man wirklich, und das ist schon echt nicht schlecht, für die ganze Front dazu entschieden, das Eislöwen-Logo zu machen. Das ist wirklich stark. Deswegen findet man das auch sonst nirgendwo. Wirklich nur groß über die Brust. An den Ärmeln hat man auch noch mal so ein Stadtwappen drauf. Auch in Grau natürlich. Und auf der Rückseite, und zwar oben zwischen den Schultern, da über dem Namen noch, da ist dann noch so eine, ich nenne es mal die Altstadt-Silhouette, wo auch die Frauenkirche drauf ist und so weiter. Das ist schon ziemlich geil. Also da hat man ein bisschen Abwechslung reingebracht. Leider halt nur in Grau. Ich weiß nicht, wie ich es ausgesehen hätte, wenn man das mehr bläulich gemacht hätte. Das wäre, denke ich mal, noch ein bisschen besser gewesen. Vielleicht. Hätte man ausprobieren müssen, aber naja. Schön ist natürlich auch, dass man hinten den Namen in so einem blauen Kasten drin hat. Was erstmal nichts Außergewöhnliches ist, ich weiß. Aber jetzt kommt dieser ganz feine Unterschied. Also wirklich minimal feiner Unterschied. Und zwar ist es nicht einfach nur so ein Kasten, sondern man hat links und rechts noch so kleine Zipfelchen an Streifen dran. Wie so ganz kurz gegenüber so einem normalen Kasten. Das macht das nochmal ein bisschen besser irgendwie. Nicht, weil es einfach mehr ist, was da dran ist, sondern designtechnisch sieht das einfach nochmal ein bisschen besser aus. Also, ne? Das sind wirklich so Kleinigkeiten, die das entscheiden können. Man muss einfach sagen, dass dieses Kräuliche eher ein bisschen, naja, rüberkommt. Das Heimtrikot ist da schon wirklich deutlich besser. Aber wie gesagt, ist ja alles Geschmackssache hier. Deswegen die Dresdner Eislöfen, Platz 9. Als nächstes kommen wir zum ESV Kaufbeuren und hier ist dieses Gelb richtig stark und hat schon eher so einen Goldtouch, würde ich mal behaupten. Dazu hat man sich noch entschieden, so rote Streifen zu machen. Auch der Kragen ist rot. Sieht alles wirklich sehr gut aus. Man hat auch vorne am Kragen nochmal das Gründungsjahr drin. Hinten hat man natürlich noch den Namen, die Nummer und den Verein nochmal in Rot drin. Und Gott sei Dank hat man sich für eine rote Umrandung dabei entschieden. Weil das hebt das alles nochmal hervor und bildet immer so einen kleinen Kontrast zwischen diesem Gelben und dem Roten. Sonst wäre das der Übergang zu flüssig gewesen. Und so prägt das mal richtig raus. Das sieht richtig gut aus. Also wirklich, zum Glück hat man sich für diese schwarze Umrandung entschieden. Das macht das alles nochmal viel, viel besser. Und dann würde man jetzt sagen, das war's. Nicht ganz. Denn man hat sich doch noch für ein kleines Grundmuster entschieden. Und zwar diese zusammenlaufenden Streifen. Vorne wie hinten. Und das sieht richtig gut aus. Denn das sind nämlich so auch unterschiedliche Gelbstärken. Das ist das Einzige, wie sich das hervorhebt. Nicht mit Umrandungen oder Sondermuster, sondern wirklich noch unterschiedliche Gelbtöne, die dann zusammenlaufen und so ein schönes Muster bilden. Und habt ihr auch das Logo gesucht? Ich am Anfang auch. Fakt ist, man hat es wirklich nur einmal auf dem Arm. Ich weiß jetzt nicht, ob es links oder rechts. Aber man hat es nur einmal auf dem Arm. Und auf der anderen Seite hat man den Joker-Kopf. Was keine schlechte Idee ist. Aber es war Potenzial da, wirklich das Logo ein bisschen größer vorne mit drauf zu packen. Das heißt, vorne ist wirklich nichts davon zu sehen. Und das ist ein bisschen schade. Auf Platz 7 haben wir dieselbe Wölfe. Sehr auffällig natürlich das große Logo hier vorne in der Mitte. Kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail zu. Dazu hat man sich noch entschieden, so eine Art wellenförmiges Streifenmuster drauf zu packen. Was mir auch sehr gut gefällt hier im Blau. Und dazu sind auch noch der Name und die Nummern im Blau gehalten, was noch einen kleinen grauen Rand hat. Unten hat man auch noch ein paar Sprüche abwechselnd stehen. Und zwar Wölfe geben niemals auf und unterstolz der VER. Das ist wirklich nicht schlecht, kann man so machen, gefällt mir ganz gut. Das Einzige, was ich mich jetzt aber frage, und das ist jetzt einfach nur so ein Gedanke von mir. Und zwar, wenn man dieses Logo, was vorne drauf ist, wenn man den Rahmen, also das Wappenhintergrund, weiß nicht, wie man das nennen möchte, diese eigentliche Wappenform, wenn man die weggenommen hätte und nur den Wölfekopf zusammen mit diesem selber Wölfe, wenn man das drauf gemacht hätte und das dann groß ziehen. Weil so wie das Logo jetzt drauf ist, nach oben und unten, es ist ja beschränkt, weil es ist halt ein bisschen in die Höhe gezogen, das Logo an sich. Deswegen geht es nicht in die Breite leider. Wenn man das weggelassen hätte, nur den Wurfskopf schön groß, wäre nämlich nach links und rechts mehr Luft gewesen. Und dann noch selber Wölfe dabei stehen lassen. Das hätte bestimmt richtig gut ausgesehen. Das hätte es nochmal richtig aufgewertet. Aber hier, es sieht ja trotzdem nicht schlecht aus. Deswegen ist ja auf Platz 7 gelandet. Aber das wäre bestimmt nicht schlecht gewesen. Als nächstes kommen wir zu den Kassel Huskys. Und hier muss man direkt mal sagen, es ist unglaublich clean. Und dieses wirklich richtig große Logo. Wenig Sponsoren, ja. Außerdem hat man sich noch dazu entschieden, so blau-rote Streifen mit drauf zu packen. Und auch der Name und die Nummern sind in blau-rot gehalten. Aber jetzt muss ich noch was dazu sagen zum Thema clean. Ja, vielen gefällt es, wenn manche Trikots so ein bisschen an das NHL-Thema rankommen. Deswegen immer dieses wahnsinnig clean. Gefällt mir sehr gut. In meinem Fall, mir gefällt das nicht so gut. Denn es kommt mir dann eher so ein bisschen langweilig rüber. So geht es mir auch mit den NHL-Trikots. Also mit den Standard-NHL-Trikots. Es gibt natürlich auch mal so Retro-Varianten oder so Special Editions. Ist nochmal was anderes. Aber nur diese Basic-Trikots. Tut mir leid, designtechnisch ist das immer sehr langweilig. So ist es hier auch. Natürlich sind sie jetzt ein bisschen höher eingestuft. Weil wirklich auch die Farbkombination wunderbar passt. Ist alles in Ordnung. Aber prinzipiell ist mir das ein bisschen zu wenig. Also da hätte man viel mehr rausholen können, wenn man schon die Möglichkeit hat, so wenig Sponsoren zu haben. Und das gerade in der deutschen Liga. Und das heißt schon was. Aber gut, wie gesagt. Sieht trotzdem in Ordnung aus. Deswegen hat es ja Platz 6 erreicht. Okay. Auf Platz 5 haben wir die Lausitzer Füchse. Hier haben wir natürlich wieder traditionell gelb. Gelb mit blauen Elementen. Man muss direkt noch sagen, dass hier wirklich mit zwei unterschiedlichen Gelbtüren gearbeitet wurde. Und zwar hat man hier vorne eher das hellere Gelb. Und oben und unten eher so ein dunkleres Gelb. Ich sage jetzt einfach mal Senfgelb. Das Schöne ist, dass hier oben wirklich sich auch mal ein bisschen Gedanken gemacht wurde. Und zwar, dass die Nummern schön mit dem Senfgelben. Ich glaube, das bleibt jetzt so drin. Dass die Nummer noch schön mit eingekreist wurden. Dasselbe ist auch auf den Ärmeln der Fall. Schön ist auch, dass das Logo wirklich auch den Streifen mit aufgearbeitet wurde. Aber man hätte vielleicht das Logo auch ein bisschen größer machen können. Die Chance war auf jeden Fall da. Geist sieht auch, dass man wirklich dieses WW, also Weißwasser auf den Ärmeln, das hat diese alte College-Schriftart. Wie man es manchmal aus Amerika kennt von Wisconsin oder Washington und so weiter. Müsste mal drauf achten. Das sieht ganz geil aus. Im Selbstziel sind auch die Nummern geschrieben. Natürlich hauptsächlich in Blau mit einer weißen Umrandung. Jetzt habe ich noch ein Problem. Und zwar bei den Namen. Der Name ist auch weiß umrandet. Mit noch einem Kasten außenrum. Aber der Kasten ist erst mal irrelevant. Kann man so lassen. Sieht gut aus. Aber der Name, die weiße Umrandung, die hätte man weglassen müssen. Aus dem einfachen Grund, das ist zu viel. Das vermischt sich alles irgendwie miteinander. Auf diesem wenigen Platz, den man da eh schon hat in dem Kasten. Das ist ein bisschen zu viel. Einfach die weiße Umrandung weglassen, dann hätte es schon richtig gut ausgesehen. So ist es müh zu viel bei dem Namen. Ansonsten ist das wirklich ein sehr stabiles Trikot. Gefällt mir gut. Auf Platz 4 und knapp am Treppchen vorbei haben wir die Krefeld Pinguine. Hier hat man sich wirklich dazu entschieden, jetzt mal neben dem eigentlichen gelben Trikot, was eigentlich immer Standard ist bei den Krefeld Pinguinen, was sich auch so gehört, hat man natürlich das schön anständig große Logo. Hätte man ein bisschen größer machen können, aber ist okay. Hat man noch so einen schönen Hintergrund hier. Und dieser Hintergrund ist nicht irgendein Mosaik oder irgendwelches hingeklatschtes Designstechnisches Blablabla. Das sind die Umrisse der einzelnen Stadtteile von Krefeld. Hinzu kommt auch noch in diesen schwarzen Streifen auf den Ärmeln, links und rechts, hat man noch die Namen von den Stadtteilen drin. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist wirklich ein sehr stadtbezogenes Trikot. Mega. Vielmehr gibt es zu dem Trikot eigentlich auch gar nichts zu sagen. Weniger schlecht oder auch weniger gut. Vollkommen in Ordnung so. Aber was mich jetzt noch interessiert hätte, hätte man dieses Mosaik, jetzt sage ich schon selber Mosaik, hätte man diese Stadtteilumrisse oder überhaupt diese, ihr wisst, was ich meine, dieses Muster hier vorne, noch ein bisschen deutlicher gemacht. Also die Linien, die Umrisse, ein bisschen stärker, also mehr ans Schwarz gehender gemacht, wie das ausgesehen hätte. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So ist es halt ein bisschen mehr im Hintergrund. Wie gesagt, ist das kein Kritikpunkt? Hätte mich nochmal interessiert, wie das ausgesehen hätte. Vielleicht wäre das noch ein bisschen besser. Gerade auf diesem leuchtenden Gelb, da kann man ruhig ein bisschen mit dunkleren Linien arbeiten. Wenn man etwas hervorheben möchte. Aber gut, wie gesagt, Platz 4, Grefe Pinguine, vollkommen verdient. Der erste Treppchenplatz, Platz 3, geht an die Eispiraten Krimetschau. Natürlich hier auch wieder ein standardmäßiges Weiß von den Eispiraten. Und man hat sich dazu entschieden, auch mit schwarz-roten Elementen zu arbeiten. An sich erstmal komplett nichts Neues, aber es kommt immer auf die Anordnung und auf die Abbildungen an. Und zwar diese Elemente, natürlich schön auf dem Ärmel abgebildet, vollkommen in Ordnung so, passt. Bei den Aussatz-Trikots hat man sich dazu entschieden, die schwarze Fläche hier oben nicht zu machen, was vielleicht sogar eine gute Entscheidung war in diesem Fall. Aber dafür hat man den dann unterhalb vom Trikot mit einem weißen Rand noch. Also ist vollkommen in Ordnung so, sieht wirklich sehr gut aus. Auch, dass der Name selber nochmal in so einem schwarzen Kasten drin ist. Vollkommen in Ordnung, wirklich. Allerdings, und zwar eigentlich fast der übliche Fall bei den Eispiraten, Das Logo ist sehr klein hier drauf. Weiß ich nicht. Aber, und ich finde, das kann man wirklich entschuldigen, ist es halb so wild, dass es in dem Fall so klein ist. Denn, guck mal auf die Seite. Auf der Seite ist ein riesiger Eispirat drauf. Das sieht mega geil aus. Und dann seht ihr vielleicht auch noch dieses Muster, was so überall verteilt ist. Verschiedene Linien ineinander verschlungen und all so ein Kram. Das sollen Wellen darstellen. Das heißt dann wirklich für die Eispiraten, einen großen Eispirat mit dem Sieben Weltmeeren, sage ich jetzt einfach mal. Das ist überragend gut gelöst. Wirklich, gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen geht Bronze auch verdient an die Eispiraten Grimmitschau. Als nächstes kommen wir zu den Star Bulls aus Rosenheim. Hier hat man wirklich dasselbe Muster wie auf dem Heimtrikot auch. Und zwar ganz viele Dreiecke in verschiedenen Grautönen in diesem Fall. Bei einem anderen waren es nochmal Grüntöne mit Schwarz natürlich. Aber hier sind es eher Grautöne mit Schwarz. Ist in Ordnung, sieht wirklich sehr gut aus. Vor allem, dass man das wirklich komplett durchgezogen hat. Auch schön die grünen Streifen, die man noch mit eingebunden hat. Weil Star Bulls Rosenheim, die sind natürlich grün. Da muss was Grünes mit rein. Ist klar. Vorne hat man noch das Logo in einer wirklich anständigen Größe. Hinten den Namen in einem grünen Balken. Und auch die Nummer ist wirklich in einem sehr coolen Schriftstil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen auch Star Bulls Rosenheim verdienter Platz 2. Also kommen wir jetzt mal zum Platz 1. Und auf Platz 1, wer aufgepasst hat, da weiß es auch schon, der E.V. Landshut. Passend zum 75-jährigen Jubiläum hat man es hier auf Platz 1 geschafft. Auch schon beim Heimtrikot-Ranking. Gerne mal auschecken. Hier ist man auch dem Design vom Heimtrikot treu geblieben. Hier hat man natürlich Grundfarbe. Weiß mit roten Streifen. Aber die roten Streifen sind in unterschiedlichen Farbtönen. Also von hellrot, dunkler, nochmal dunkler, nochmal dunkler, nochmal dunkler. Immer so abstufend. Aber alles in einem Balken. Auf den Ärmeln, sowie hier unten. Natürlich auch sehr auffällig, das sehr große Logo. Schön angeordnete Sponsoren. Und was auch geil aussieht. Und zwar hat man hier auf der Schulter selber, hat man jetzt nichts irgendwie groß drauf. Eine Fläche oder sonst irgendwas. Man hat nur so eine abgewinkelte, spitze Linie. Das reicht schon. Man muss gar nicht so viel machen da oben. Irgendwie großflächig was drauf. Einfach nur mal ein bisschen was einfügen. Fertig. Sieht richtig, richtig gut aus. Was man außerdem hat, sind ganz viele, ihr seht das wahrscheinlich auch schon auf den Bildern, ganz viele kleine Symbole. Ist nur ein Symbol ehrlicherweise. Aber das ist überall verteilt. Überall. Und das gefällt mir sehr gut. Und wenn ihr euch fragt, was das für kleine Symbole sind, wenn das euch nicht so voll aufgefallen ist. Dasselbe Logo, also dieses selbe kleine Symbol, findet ihr auch im Stadtwappen. Und zwar ist es dieses kleine blaue Symbol, was ihr da unten vielleicht erkennt. Das ist nämlich ein blauer Eisenhut mit roten Sturmriemen. Gut, wie gesagt, auf dem eigentlichen Logo ist es blau mit roten Riemen. Aber hier ist es halt überall nur Silber oder grau. Ich sage jetzt mal Silber. Überall nur Silber abgebildet. Auch hier unten nochmal. Und zwar hat man da nochmal so ein komplettes silbernes Band drum, wo auch nochmal das kleine Symbol abgebildet ist. Mit dem Gründungsjahr natürlich. Das gefällt mir sehr, sehr gut alles. Auch der Name hinten in einem großen roten Balken mit der roten Nummer, die auch nochmal mit einem etwas dunkleren Rot umrandet ist. Muss nicht immer schwarz sein. Einfach nochmal ein bisschen dunklere Farbe nehmen. Sieht auch wunderbar aus. Also alles in allem wirklich ein sehr gutes Trikot. Gefällt mir richtig gut. Deswegen auf Platz 1 gelandet. Ich habe auch schon gelesen bei dem Heimtrikot Ranking. Da hatte ich EVA Landshut ja auch auf Platz 1. Kleiner Spoiler. Aber wer es noch nicht gesehen hat, ist selber schuld. Und zwar standen auch Kommentare, dass es wohl aussieht wie ein Schlafanzug. Das habe ich ja auch schon mal bei den Christie's aus Wolfsburg gesagt. Also bei dem Auswärtstrikot. Aber da sieht es halt wirklich so aus. Hier finde ich es nicht so, weil dieses Muster im Hintergrund nicht so krass ausgeprägt ist, dass man sagen könnte, okay, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Schlafanzug. Finde ich in dem Fall nicht. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur meine Wahrnehmung. Ich finde es alles super. Verdienter Platz 1 der EVA Landshut. So und dann war es das hier auch mit dem Auswärtstrikot Ranking der DEL 2. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Nummer 1 ist oder welches ihr überhaupt nicht hübsch findet. Vielleicht passt ihr so mein Ranking mit eurer Meinung überein. Bewertet auf jeden Fall auch dieses Video. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Nur so nebenbei. Das ist kostenlos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, egal was hier kommt. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.